Und hier war 15 Freispiele. Kampf Tempel. Sehr schön. Das sieht gut aus. Sauber. Das sieht gut aus. Jetzt kommt ja ein bisschen was zusammen hier. So kann weiter gehen. Sehr schön. Damit können wir leben. Und hier gibt es mal 3 Spiele. 1,50 Euro. Attacke. Das hätte sie eigentlich nicht gerade sein müssen. Aber okay. 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 Und braun. Also ganz schön. Leid. Das ist gut. Ah, Verlängerung gibt es da auch nicht, Mann, du Geizkragen. Und wir schauen mal hier rein, los gehts. Na Wahnsinn, der übernimmt sich ja wieder total. Tja, na die hätte er sich auch sparen können. Und wir gucken heute mal hier noch in eine Runde rein. Gucken sofort die 2 Euro, los gehts. Ah, hier wäre mein Vollbird cool. Wow, der ist auch der Arnest. Übel, übel. Na, das war ja mal richtig für die Katz. Einmal gar nichts, schade, schade. Und Leute, gucken wir mal hier noch in eine Runde rein. Fangen wir mal so an, mal gucken. Oh, da fehlt noch ein bisschen Puste. Jawoll, sauber. Da muss dann irgendwann mal grün gehen. Jusquik fix! Ah, das bestimmt noch ein bisschen. Waah! Oh, ja, oh man. und auf der andere Seite und da macht er den Sack zu 160 Das war doch schon mal nicht übel. Da drehen wir mal noch ein bisschen weiter. Gucken ob er noch was sagt. Ah, da kommt sein. Mal los. Mal los. Letzte Chance. Macht dazu. Schau da. Achtzehn Das war doch schon mal gar nicht so übel Das wären noch mal 150 gewesen So jetzt wird es so langsam Zeit das Spiel zu wechseln Nicht dass er uns hier wieder abzieht Und wir halten ein bisschen Ausschau nach einer Kappe Das war schon mal nischt Komische Konstellation Das war schon mal nischt Das war schon mal nischt Also jetzt kommen wir noch ordentlich hier hin Los auch noch mal nischt Zwei 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 Da ist keine mehr drin hier in dem Kasten. Das ist doch nicht. 480. Der will wohl nicht so wie ihn hier wollen. Da muss ein anderes Spiel her, nutzt ja alles nichts. Und mal hier heute in der Runde. 2 Euro, na probieren wir mal. Gucken ob der Tresor gibt. 2 Euro. 3 Euro. Das war Schormonix. 3 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 4 Euro. 4 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 3 Euro. Oh, das ist noch ein Blikessen hier. Junge Junge, der bringt den Arschzustand näher. Machen wir mal vier draus. Jawoll. 100 haben wir schon mal sicher. Und bleibt doch bei 100. Schade. Ja, haben sie verjessen? Oder was? Ja. Ja. Na ja. Dann halt so, wenn kein Tresor gibt. So, gucken wir nochmal, ob die ein bisschen hüpfen hier. Ja. 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 Soll ich gefritzt. Ja nun mal los hier, eine ordentliche Packung. Alter, kannst du total verlieren. Ja nun mal los hier. Ja nun mal los hier. Ja nun mal los hier. Ja nun mal los. Ja nun mal los hier. Ja, kriegen wir jetzt mal so ein Ding da? Ja. 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 Einmal auszahlen bitte. Danke. Krass. Richtig nice. Dann wollen wir mal hier reinschauen. Wo steckt er? Zu Helmholtz. Das sieht gut aus. Sehr hübsch. Geil. Wow. Hübsch, hübsch, hübsch. So muss das aussehen. Oh. Lass, lass. Lass. Komm an, oh, da. Oh, noch was er. Gib's noch einen. dann war doch ja nie mal so übel damit können wir aber zufrieden sein sehr schön und hier haben wir eine runde medusa ist alles los geht´s reichlich spät schon wieder hier fünfter freispiel eine röntgen bla wir fern wir 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 Oh, das war ja nicht der große Ruf hier. Und hier kommen 160 Euro reingeflattert Schickettbild, ja damit. Nur noch ein paar Freispiele. Ja komm, 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 oh schade. Pizza. Mann. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm komm, komm komm, komm komm komm. Das geht ja rasend schnell hier, aber jetzt schon wieder so eine 80. Jetzt wird es aber eng. So schnell geht so ein Windchenbach runter. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal, Versuch war es wert. Schade, schade, schade. Hi, Mannix. Schade, schade. Schade, schade.